Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Scribblenauts Unmasked. In der letzten Folge habe ich gegen Ende einen kleinen Laflash kassiert, aber nicht weiter schlimm, nicht weiter der Rede wert und ja, wir sind auch ganz am Ende gestorben wegen einer, keine Ahnung, Vergiftung oder so, glaube ich. Ja, zwar in der Vergiftung und wir haben auch in der letzten Folge 1500 Rufpunkte erreicht, was heißt, dass ich endlich dieses The Flash Ursprung freischalten kann und ja, ich möchte es kaufen, ich habe genug und möchtest du hierhin gehen? Ja, natürlich. Wofür kaufe ich es denn sonst? Wer ist und seine Geschichte, Flash? Früher war ich immer zu spät. Zu Terminen, zur Arbeit, zu meiner eigenen Abschlussfeier. Bevor ich zu Flash wurde, war ich Barry Allen, ein Labortechniker bei der Polizei. Eines Nachts stand ich neben einem Schrank, voller Chemikalien. Maxwell, lege ein paar Chemikalien in diesen Schrank. Ähm, Chemikalien. Nein, 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 nein. Warte, 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 das? Ähm, wie soll ich das machen? Vitrine. Gebt sich was? Leeren. Leeren. ich brauche einfach irgendwelche keine ahnung chemikalien säure also ganz plötzlich mit elektrizität explodierte setze diesen schrank irgendwie unter strom blitz also was erwartet taser taser wie kann man sonst irgendwas mit als ankam bemerkte ich dass ich zu spät zu der verabredung mit meiner freundin iris west kommen würde warte mal du warst doch acht monate acht monate lang im koma also zumindest in der tv serie was so acht monate monate im koma ich musste ein taxi erwischen aber ich hatte er schnell überholt maxwell verlangt man das taxi mit flashes einholen kann dann mein vater wurde für ein verbrechen eingesperrt von dem ich sicher war dass er es nicht begangen hatte ja es war nämlich übers flash ich habe meine gesamte freizeit damit verbracht zu versuchen seine unschuld zu beweisen die flash einen einen beweis für die unschuld seines vaters macht einfach dinkst reverse flash hier hier ist der beweis hatte ich nein also nein du kommst du nicht weg so ein beweis ja hier beweis weiß hat man kurz beweis was soll ich machen der weiß die realis vater werden stehlen ich mache einfach aufsagen keine ahnung warum es hier die ganze umlegt hatte weg welche beweise findet man üblich weiß an einem tatort blut nein gut 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 tatort leiche hatte recht beweis wie man üblich weiß an einem tatort erspuren ich bin überfordert leute kannst du mir vielleicht irgendwie helfen bitte welche beweise findet man üblich weiß an einem tatort ja keine ahnung bilder vielleicht blut messer vielleicht wenn man jemand tötet waffe ich kämpfe immer für die unschuldigen weißt du warum maxwell ja okay warte mal kurz bei dem messer jetzt ich habe einfach von der serie einfach geraten weil da hat der reverse flash norah allen also die mutter von barry vom flash mit dem messer umgebracht damit so aussieht als hätte halt henry sie umgebracht weil sonst macht er sie immer mit diesen vibrierenden händen dann sticht halt irgendwie so ein körper rein und ja dann ist halt tot warum mister flash weil gerechtigkeit immer geschwind auf den fuß folgen muss punkt für flash das war's mit barry also schön schöne halt geschichte und soja danke aber was ist jetzt wirklich diese ja wie soll ich sagen diese 1500 rufpunkte wert meiner meinung gegen wen nicht weil ich könnte dafür halt irgendwas anderes falsch halten okay jetzt wissen wir diese sachen kaufen wir erst ganz zum schluss wenn wir mit einem hier fertig sind dann können wir das ja jetzt mal anschauen anschauen und ja also was würde ich als nächstes gerne freischalten joker ja also haben wir irgendwo eine mission nein was kann ich so schwind freischalten alles kostet irgendwie 2000 2000 ok weißt du ist ein menner ob das kaufe ich mal für 2000 ok da muss ich das auch nicht freischalten also muss erst mal nach goff und rufpunkte sammeln nein ich weiß damit würde es schneller gehen aber es ist dann schwerer auf der so get out get out Gaufe City Bank. Alter, wie ich hier mit meiner Axt rumlaufe. Das scheint ziemlich nice, würde ich sagen. Ähm, Punkt, Kraft. Jetpack. Ich sie. So. Mocht ihr irgendwas hier? Ich will auch nur ein bisschen Rufpunkte sammeln Oh, und diese Axt Lasst euch nicht davon irritieren Diese grünen Typen haben meinen Goldkessel gestohlen Aufsammeln Ja, das war ein kleiner Tausch, okay Nein, ich töte euch jetzt nicht Hier Ach nö Euer Ernst So, die ist weg Die werde ich jetzt nicht mehr so arg belästigen Also keine Angst dafür Dafür sorge ich Oh, die sind sauer auf mich Was willst du? Finde den Zeugen und nehm den Täter fest Wer ist der Zeuge? Warte mal, ich muss euch wirklich Ähm Betäubung Bedeckung Bedeckung auch Na gut, auf gute alte Art Irgendwie ne Gun Ey, das ist ja mal wirklich Richtig lame hier alles Ähm Ausrüstung Ich werde irgendwas Neues ausprobieren Irgendwie Nein Nein, kein Dreizack Auch kein Arias Bogen Cosmic Road Road Oh, das sieht nice aus Captain Colts Gun Oh, nice Ja, das will ich Nice 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 So Ach Jungs Na gut Keine Kugung Die zählt aber nicht lange, oder? Nein Wo? Nein Ich muss Rufpunkte sammeln Was ist? Dieser Ort ist eklig Hilf Mit Hilf mit Die drei Müllbeutel zu finden Und Um Bringen sie hierher zurück Müllbeutel Okay Mach ich Wird gemacht Achso, da Ist der Erste Äh Nein, nicht angreifen Oh Aufsammeln Aufsammeln Ja So Oh Nice, dass sie Flangsamt wurden So nice Ähm Hier Werfen Sorry, dass ich nicht getroffen habe Woah Was ist? Spiel Mir Spiel mir mit einem Pass folgendes zu Football Spiel einen langen Pass Aufsammeln Geh weiter Wirf ihn zu mir Au Warte, 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 warte No, 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 nochmal Noch ein Versuch Bitte Bitte Noch ein Versuch Geh weiter Ja Mach ich So Nice Touchdown Ein bisschen baden Hilf mir folgendes zu gewinnen Videospiel Spielen Oh nein, jetzt kommt wieder die Oh, sagen wir alle drei Münzen Oh nö Oh nö Oh nö Oh nö Oh nö Oh nö Oh hier erste Münze Oh das ist wirklich zum kotzen Ist nicht gesund Oh gott Oh gott Oh gott Ich weiß vielleicht für euch ist nicht so ätzend auch für mich schon das wirklich ziemlich ätzend hier jetzt weiß ich wo die drei müllbeutel sind okay wo ist hier ich wollte noch eine münze wenn ich zählen kann dann ja auch mann axt hallo auch hier ein leben endlich ist vorbei wenn ich wieder normale sicht so kopf auch hier seid ihr auch hier ich bin daneben geflogen der war ja hier hier war der hier ich muss ja hier so auf sammeln hier das bitte und den letzten partiot auf sammeln hier werfen bitte bis jetzt nur weich müllbeutel werfe bis jetzt sauer kommen jetzt nicht mit dieser scheiße wirklich nicht ja und ihr könnt jetzt auch mal schlafen gehen oder was auch immer machen hier werfen auf sammeln werfen auf sammeln werfen so hier hast du die drei müllbeutel kleine assi wo bist du na gut komm bist du sauer komm ich helfe dir komm 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 mit mir mein super freund komm hallo hallo komm mit müllbeutel ja ich hab doch dein problem wirklich wie soll ich so rufpunkt zusammenhalte ich muss wirklich mal weg ja weg und wieder neu drauf ich habe ich so eine chance rufpunkt rufpunkt das baut damit neue mission stehen ich brauch wirklich neue mission so hier oben und hier runter was wohl so geht ich bin gemalt worden putz mich alter wird denn das die angetan waren es wieder die kobolde wenn jahre das nächste mal bin ich die um pssst geh weg pandababy sorry nein 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 hey pfui pfui ich will eine bande eine band guten aber dazu fehlen mir leute musiker so was gibt sie noch so schönes hallo ohne von gofem was wollt ihr sitze auf dem stuhl wenn die musik stoppt nein ich habe verloren ja kein sache jerusalem war nie mein ding also was das lege etwas in das portal und nimm es wieder aus dem portal muss ich das andere des portals wieder das war da hinten ich hätte gerne einen neuen schweif neuer was willst du ich muss etwas wiederfinden papagei zeigt sich nur bei mondlicht auch hier ist der apfel auf sein was er jetzt wieder dadurch werfen oder wie werfen nein nein ja da wird auch mal ja hatte ein apfel aufsammeln danke das sollte ich machen naja geht es nicht ich will jetzt aber meinen ruf wieder warte du wirst rein sauber straßen kunst nein nein war es jetzt schon wieder auf central city nein das wieder auf superman auf metropolis glaube ich ich muss etwas wiederfinden papagei zeigt sich nur bei mondlicht ja warte ich muss erstmal diesen folgten wissenschaftler hier noch immer am leben gut es war ein apfel er hat noch nie gelebt kann ich den essen doch nicht also papagei wo bist du komm her komm her bist du hier unten was machst du hier unten papagei gekommen wenn du hier unten bist kaum raus das ist kein ort für den papagei warte schafft mir diesen pinate vom leib ich will so down was ist wein doch nicht ich habe niemanden mehr wie wärs mit einer motor auch hier ich weiß nicht das beste was willst du jetzt so oh die töten ach haha äh riesige hand man wisst ihr ich habe keine ahnung mehr was ich mache also panthers crossbow man macht aber wenig schaden hey bro geh weg ich will dich nicht verletzen hm was könnte ich vielleicht gut schaden machen beta oh jetpack das habe ich äh mirror master gun aber nein jetzt glaubt es erzeugt dann nur irgendwie so ein ach night's world oh metal wings das wäre nice anscheinend jetpack metal wings das muss ich mir merken wow ich weiß jetzt für was das gut ist für fernkampf 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 heil ich bin im halben herz gestorben also nicht dass die gleich hier wiederum heulen so nightwing nightwing irgendwas mit nightwings können wir mal diesen nightwing hier das erstellen alter ich habe flügel nice okay wo ist der papagei muss ja noch ein papagei finden alter geil hallo ja du kennst mich noch ich hab dich erschaffen papagei 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 hier spielt immer noch reise nach jesus leben auch nichts besseres zu tun das war wirklich wo ist dieser papagei ja mordlich wo soll ich wissen was wir jetzt haben ich sehe hier weiß und breit kein papagei papagei bitte komm her komm her sein braver ja gut ich würde mal sagen das wär's von dieser folge falls sich gefallen hat da ist eine positive bewertung da hat sich ein weiteres video mehr verpassen folgt dann ist noch ein abo da und ja zuerst von meiner seite aus haut rein und bis zum nächsten mal ciao